Unsere Profis hatten einen außergewöhnlichen Termin. Roman Neustädter und Dennis Aogo haben sich bei der LAVIA Familientrauerbegleitung mit Kindern und Jugendlichen getroffen, die nahe Verwandte wie zum Beispiel die Mutter, den Vater oder die Geschwister verloren haben. Ich glaube, es waren sehr tiefgründige, sehr persönliche Gespräche, die einem oder mir persönlich natürlich viel mehr geben als die typischen Fußball- und Sportlerinterviews. Von daher, glaube ich, war das schon ein sehr schöner Termin, der, glaube ich, für beide Seiten schön war. Es war ein intensiver Austausch, auch für mich. Es war nicht so, dass ich hier als der Ratgeber zur Verfügung stand, sondern es war ein intensiver Austausch, der auch mir persönlich viel gebracht hat und deshalb macht es das für mich dann besonders. Gleichgesinnte treffen, sich nicht allein fühlen, jemanden sprechen, der nachfühlen kann, was man selbst erlebt hat. Das sind die Gründe, warum Kinder und Jugendliche sich bei der LAVIA Familientrauerbegleitung geborgen fühlen. Lachen ist erlaubt und erwünscht. Mechthild Schröter-Rupiper und Karin Hesse kümmern sich seit Jahren um die Trauernden und wissen, dass die Kids sich total auf unsere Profis gefreut haben. Da ist auch echt so eine Aufregung dabei und dann denkt man sich, wenn die kommen, oh mein Gott, was sage ich denn und wie sehen die denn aus und sind die denn nett und kann man denen auch alle Fragen stellen und im Laufe der Gespräche hat man einfach gemerkt, ja, das sind so Menschen wie jeder andere auch, die ihre Gedanken haben, Probleme haben, Ängste haben, aber auch ihre Themen haben, worüber die sich freuen und was die auch total gerne machen, also so wie wir alle eben sind, nur eben im Rampenlicht stehen. Je mehr man auch gesprochen hat, umso mehr ist auch an Fragen gekommen und deswegen merkt man auch, wenn man so in die Gesichter von den Kindern geguckt hat, oh Mann, die haben ja ganz schön viel zu erzählen und in manchen Erzählungen, da finde ich mich auch einfach wieder von meinen Gefühlen her. Der Tod ist ein Thema, über das man sich in der Gesellschaft kaum unterhält. Aber es ist leider eine Sache, die uns begleitet. Normalerweise kommen die Profis in solche Institutionen, um anderen zu helfen, einen Lichtblick in schlechten Zeiten zu geben oder einen Wunsch zu erfüllen. Heute war es so, dass allen geholfen wurde und jeder Kraft aus diesem Besuch gezogen und mitgenommen hat. Hier hat man aus unmittelbarer Nähe Eindrücke bekommen, wie man damit umgeht, wenn das in unmittelbarem Umfeld passiert. Der Tod gehört leider Gottes zum Leben dazu und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das wird auf jeden Einzelnen von uns zukommen, auch auf mich ist es auch schon, aber nicht so nahe, wie es hier in den meisten Fällen war. Und deshalb kann man da natürlich viel Kraft, vieles für sich selber auch mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht hilft dieser Austausch sogar, wenn es irgendwann mal auf einen selber zukommt, dann vielleicht ein bisschen besser damit umzugehen oder vielleicht auch zu wissen, wo man hingehen kann, wenn man Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Und deshalb finde ich es großartig, dass es solche Einrichtungen gibt. Eigentlich wollte am Ende keiner nach Hause. Dennis nicht, Roman nicht, die Kinder und Jugendlichen sowieso nicht. So intensiv und trotz des Themas, wenn man es sagen kann, richtig schön war die Zeit, die mit Sicherheit eine Fortsetzung finden wird.